Meine Mutti schreibt wieder wegen ihrem Smartphone. Ey, die ist schlau, sage ich dir, weißt du. Jedes Mal, sie kriegt das alles hin. Videorekorder, Smartphone, alles, alles. Aber sie schafft es wirklich jedes Mal uns zu überzeugen, dass wir es machen. Die ist echt pleatsch, sage ich dir. Ich habe sie lieb. Weißt du, das ist noch Anfängerlevel. Als ich ein Teenie war, da hat mir meine Mutter erzählt, dass sie das Geräusch des Staubsaugers aus Blut wirklich hasst. Was meinst du, wie oft ich das ganze Haus gesaugt habe, weil ich wie pissig auf sie war? Das war schlau.